. Kapitän dieser Schalter-Elf, die jetzt plötzlich noch den Mut fasst, Lichtsteiner. Und wenn die Kehle wirklich dazwischen werden, wer dann ist, glaube ich, Heldie plötzlich geworden. So, Dieter Kassiers mit seiner ganz schule. Die Diester. Die Panetta. Frech gemacht, kommt von Bergen. Karte Villa, der älteste Spieler im Kader der Spanien, vor 32 Jahren. Karte Alonso. Fernandes noch mit dem Kopf dazwischen. Der Torschütze zum 1-0 für die Schweizer. Karte Alonso. Karte Alonso. Karte Alonso. Hier está. Und wir. Javier Alonso kann die ja nicht anspielen, der stand leicht im Abseits. Javier Alonso kann die ja nicht anspielen, der in die Gasse geht. Javier Alonso kann die ja nicht anspielen. Javier Alonso kann die ja nicht anspielen. Javier Alonso kann die ja nicht anspielen. Javier Alonso kann die ja nicht anspielen.